Hallo, mein Name ist Udo Gast. Ich bin unter anderem Verkaufstrainer. Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Verkaufs- und Preisverhandlungen denken? Kriegen Sie da auch weiche Knie und denken Sie, dass Rabatte ganz normal zu Preisverhandlungen dazugehören? Jetzt mal ehrlich, wie viele Käufe tätigen Sie, ohne dass es Preiszugeständnisse des Verkaufers gibt? Ich bin sicher, das sind über 95 Prozent. Und dennoch, gerade jetzt sind Preisanpassungen für Ihr Unternehmen wichtig, denn die Energie, die Einkaufspreise sind gestiegen und die wirtschaftliche Basis des Unternehmens muss gesichert werden. Zugegeben, manche Einkäufe, die sind wirklich eine harte Nuss und die können schon schlaflose Nächte bereiten in der Vorbereitung. Aber ich sage, das muss alles nicht sein. Im Gegenteil, mit dem richtigen Mindset und der richtigen Vorbereitung und der Strategie, da kann es Ihnen sogar Spaß machen. Da sagen Sie, wie soll das gehen? Das verrate ich Ihnen in meinem Seminar Verhandlungssicher verkaufen. Am 17. Mai in Kassel. Und das nur live. Nur live, nicht online. Was Sie hier nutzen? Ja, Sie erfahren die Do's und Don'ts in Verhandlungsgesprächen. Sie profitieren von den Erkenntnissen hypnotischer Kommunikation im Verkaufsgespräch. Und wir erobern unter anderem noch viel mehr Ihren persönlichen Verkaufsleitfaden. Und wenn Sie sagen, okay, ich will den 17. Mai zu meinem ganz persönlichen Verkaufserfolgstag machen, dann schicken Sie mir bitte jetzt eine Mail. Es sind noch ein paar, aber nur ganz wenige Plätze frei an die Mailadresse, die unten eingeblendet ist. Und ich freue mich richtig auf Sie. Danke.